aber das ist natürlich blöd da muss ich natürlich gar nicht tief gehen gut es ist auch egal da muss umbauen weil ich wusste dass es geht und es geht auch so als die tüge auf die sonne auf das ist ja komisch warum funktioniert das hier nicht ach was mache ich denn da schon wieder mache ich total falsch so redstone das weg wir fackeln dran warum ist das auch falsch ich wundere mich warum das nicht funktioniert also normalerweise geht das erst rein komisch sehr komisch stein redstone fackel hier hat er keine verknüpfung weghauen hier so jetzt hat er verknüpfung das ist komisch das hat er sonst auch immer funktioniert verstehe ich gerade nicht so ganz ich muss doch nicht zweimal umlenken könnte das sein das könnte möglich sein dass ich zweimal umlenken muss moment ich muss das jetzt gerade mal testen wenn ich zweimal umlenken muss dann wird es natürlich haarig so jetzt habe ich zweimal umgelenkt kommt natürlich nicht mehr so einfach hoch ach hier hat es keine verknüpfung okay dann muss das hier nochmal ändern ne das ist hier auch nicht so ganz richtig was ich hier mache das funktioniert so nicht das ist äh ja ein bisschen doof ah jetzt geht es aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht ne gut ich würde sagen ich mach das wieder alles weg hier verstehe ich nicht warum geht das hier nicht einfach nicht hin weiß ja grad im moment absolut nicht wie es funktioniert Tür zu so dann werde ich da einfach hier das wieder in den boden reparieren komm uns später nochmal drum kümmern weil äh ich weiß echt im moment nicht wie das funktioniert ich weiß echt im moment nicht wie das funktioniert mir fällt das nicht mehr ein so brauche ich noch ein paar cleanies mal runter gehen mal verputzen lassen gut wir müssen uns doch später mal drum kümmern weil äh ich weiß echt im moment nicht wie das funktioniert so machen wir alles wieder ganz Achte nicht funktioniert leider so wo haben wir jetzt die Truhen da oben so dann setzen wir die Truhen wieder dahin wo sie waren anseite genau dasselbe spiel so ruhe ruhe und hier oben die scheiße die reihe ich auch einfach wieder weg moment das kann bleiben das kann weg so jetzt wollen wir wieder genau wieder vollfüllen ja leider hat es nicht funktioniert und ich weiß auch leider nicht mehr wie es wie es geht ich werde mir das aber nochmal anschauen und werde dann nochmal neu das probieren nur jetzt erstmal gerade nicht das ist erstmal nicht sehr wichtig soo so dürfts doch passen eigentlich ja so bleibt das jetzt auch so alles wieder schön zubauen cleanies mal holen haben wir schon neun stück soo ja wie gesagt ich kann mich absolut nicht mehr erinnern wie das funktioniert hm Moment ich mach das hier mal ein bisschen anders da gefällt mir nicht so ganz ach ne ich baue es hier zu fertig so dann brauchen wir noch die gib mir hier hoch ach so das geht ja gar nicht so muss ja wenn dann hier was draufsetzen genau jo die truhe ist mir eigentlich da am weg die mach ich doch gerade mal weg Moment kann den Kram mehr so oder so mal unten bringen das ist ja eigentlich egal alles einfach was wir nicht brauchen bring ich erstmal runter jo mach mir hier mal ne Dreckkiste draus Erde 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 Kabelstern kommt mal hier hin das kommt da hin Kabel mal hier hin Holz kann erstmal da bleiben das Essen das Essen mache ich mal überlegen da könnte ich ja weiter bauen ich habe ja noch Truhen da ich grab mal die Truhe ich grab mal zwei Essenskisten hier hin Äh, die Fackeln Fackeln, Fackeln, Fackeln Wo hab ich sie denn? Äh, da So, da ist mal das hier weg Da einmal Das hin Und einmal weg Und einmal das hin Und einmal weg Und einmal das hin So, und dann kommt dann die Truhe dahin Ne, das geht noch so nicht Hehe Falsch Falsch gemacht Falsch gemacht Falsch gemacht Hier, da kommt die Truhe rein Lass mich hier oben wieder weg So, Cleanies, nein Die haben wir, glaube ich, hier drüben Japp So, hupsala So, dann machen wir die Fackeln mal ein bisschen näher hier rein So, dann haben wir nämlich dann rechts und links jeweils Dann muss ich hier nochmal Weg machen Eins, zwei, drei Truhe bauen Oder hab ich noch welche? Eins, zwei, eins, zwei Eins, zwei Eins, zwei, eins, zwei Eins, zwei, eins, zwei Zwei Truhen So, dann kommt da hinten auch gleich wieder eine Fackel hin Wieder drüben Dass man hier ein bisschen was sieht Ja, das alte Dramen mit der Fackel wieder mal Wenn ich die Fackel Übel hinten reinsetzen würde Obwohl Komm ich jetzt da hin, wo ich vorher auch hingesetzt hab So, jetzt haben wir rechte, links Truhe Und haben da Truhen Und haben da Truhen Und dann mach ich jetzt hier erstmal die Die Essenskisten draus Also hier Weizen und Kram Und Krempel Was ist das denn hier? Ach, müßigt ist Wo ich könnte da unten eine Essens-Truhe Und oben eine Krempelkiste draus machen Irgendwie so Das hab ich unten Essen Und dann mach ich oben die Krempelkiste draus Weg damit, weg damit Die kann da unten Die kann auch da unten Weg, weg Das kann Na, mach das mal so So So, was haben wir da noch? Die Krempelkiste kann auch das mit rein Obwohl, das ist mir vielleicht sogar viel zu viel Will das mich gerne unten sortieren Und deswegen mach ich das auch so Aber die, äh Ja, die meisten Zuschauer werden das wahrscheinlich schon Gemerkt haben, was ich ja vorhabe So, der andere Rest da mit rein Was haben wir da? Da haben wir Fleisch Da haben wir noch Seeds Die können eigentlich Obwohl, das ist Ähm Äh, lass ich mal hier drinnen Das passt schon So, das lief's ja oben mit rein Die Dreckkiste gleich mal nochmal füllen Dann haben wir noch Halt, da haben wir hier noch Äh, Cobblestone Da haben wir noch Treppchen, Eimer Äh, ich würde sagen Ich mach jetzt gerade mal das Eisen auf dem Ofen Ich könnte mal hier tauschen Aber hier, das ist schon wichtig So, mal gucken Was haben wir da noch da, das bleibt hier Das kann da mit hin Holz Treppchen, die mach ich dann mal hier hin Treppchen, Kohle Kohle könnte ich eigentlich auch eine Truhe gebrauchen Aber die setze ich dann lieber mal hier hin Kann mal zwei bauen Ja, ich weiß Ja, ich weiß, ich verbraue jetzt gerade im Moment sehr viel Holz Aber das macht ja nix So, die setze ich hier hin Kann ich mir die Kohle erstmal hier reinschleudern Achso, das ist ja Gunpower Kohle, aber wir haben jetzt sowieso nicht mehr viel Kohle dabei Hm, okay Gunpowder Äh, mach ich mal hier hin Einfach Eigentlich egal So, die Music Disc Das schlepp ich mal woanders da hin Ne, das ist ja Werkzeugkiste Ach, ich lass mal hier erstmal drin liegen So, was haben wir hier Hier haben wir Sand Das mach ich jetzt mal hier drüben in die Kiste mit rein Obwohl es ist Ne, ich mach das mal hier rein Einmal da Sand Und einmal Kabel So, hier haben wir noch Kohle Die bleibt da drinnen Nein Das ist Redstone Kann ich überlegen, wo ich die Bräsurplatten reinstopfe Das ist Sand Dann mach ich auch mal hier anders da Das ist, das gefällt mir nicht Guck mal hier oben hin So, dann kommt hier drüben Die Bräsurplatten und die Treppen rein Hier haben wir noch Holz Kohle Ach, die Sepplings Die kann ich ja eigentlich hier oben mit reinstopfen Wenn ich das hier überrasche Vielen Dank.